Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir haben die schwierigsten Wochen der letzten Jahrzehnte hinter uns oder stecken noch mittendrin. Viele ihrer Kunden haben in dieser Zeit ihren Bedarf von Brot und Backwaren im Lebensmittelhandel gedeckt. Darum haben wir zwei Aktionen gestartet. Gemeinsam backen wir das und schau auf deinen Bäcker. Herzlichen Dank für ihre positiven Rückmeldungen. Es liegt nun an uns, aktiv diese Herausforderung anzunehmen. Vieles wird sich ändern, eines ganz bestimmt nicht. Die Menschen werden auch in Zukunft die Köstlichkeiten ihrer Bäcker und Konditoren genießen wollen. Machen wir es ihnen leicht. Mit Qualität und freundlicher Bedienung. Die Bäckerschaft hat in den letzten Jahren bewiesen, dass sie perfekt auf die Wünsche ihrer Kunden eingeht. Zu keiner Zeit war die Qualität der Produkte so gut wie heute. Ihre Kunden werden das auch in Zukunft zu honorieren wissen. Ihre Interessen sind unser Auftrag. In diesem Sinne, gemeinsam backen wir das. Danke.